Viele Haushalte in Düsseldorf heizen und kochen mit Erdgas. Sobald sich die Kostenbestandteile Ihres Gaspreises ändern, erhalten Sie als Kunde oder Kundin der Stadtwerke Düsseldorf eine Mitteilung, in der wir die Preiserhöhung oder Senkung ankündigen. Sie haben so eine Information erhalten und fragen sich, wie sich der Gaspreis zusammensetzt? Wir zeigen Ihnen heute, wie und von wem die einzelnen Preisbestandteile beeinflusst werden. Grundsätzlich hängt die Höhe des Gaspreises von diesen drei Faktoren ab. Rohstoffpreis, Netzentgelte sowie Steuern und Abgaben. Schauen wir uns zunächst den Preis für den Rohstoff Erdgas an. Die Höhe dieses Preises schwankt je nach der Lage auf den Energiemärkten. Ist mehr Gas verfügbar als nachgefragt wird, sinkt der Preis. Und umgekehrt. Besonders spürbar wurde dies, als durch die Folgen des Ukraine-Kriegs deutlich weniger Gas am Markt angeboten wurde. Preissteigerungen und Senkungen geben wir an unsere Kundinnen und Kunden weiter. Die Stadtwerke Düsseldorf verfolgen eine langfristige Beschaffungsstrategie, in der wir viele kleinere Teilmengen über einen langen Zeitraum einkaufen. Dies wirkt sich auf die Endkundenpreise wie ein Puffer aus, sodass Preisbewegungen der Großhandelsmärkte abgefedert werden. Das bedeutet aber auch, dass sinkende Preise erst beim Kunden ankommen, wenn sie über einen längeren Zeitraum niedrig bleiben. Hinzu kommen noch die sogenannten Netzentgelte. Das sind Kosten, die die Gasnetzbetreiber für den Bau und die Nutzung der Infrastruktur, also beispielsweise die Gasleitungen oder auch für das Ablesen der Zähler berechnen. Die Stadtwerke Düsseldorf haben darauf keinen Einfluss. Regulierungsbehörden achten aber darauf, dass diese Beiträge angemessen sind. Den letzten Teil des Preises machen Steuern und Abgaben aus. Das sind zum Beispiel die Konzessionsabgaben, Umsatzsteuer und Energiesteuer, aber auch der CO2-Preis. Wenn diese gesetzlich veranlassten Kosten steigen, erhöht sich dadurch der Gaspreis. Darauf haben wir als Stadtwerke Düsseldorf ebenfalls keinen Einfluss. Die Konzessionsabgaben gehen an die Kommunen und sind das Entgelt für die Mitbenutzung von öffentlichen Verkehrswegen durch Versorgungsleitungen. Der gesetzliche CO2-Preis soll Anreize schaffen, den Ausstoß von Treibhausgasen durch die Nutzung fossiler Brennstoffe zu reduzieren. Dieser wird vom Gesetzgeber zum 01.01.2024 um bis zu einem Drittel erhöht und sorgt dadurch für einen höheren Gaspreis. Um die Gaskunden zu entlasten, wurde zum Beispiel 2022 ein verringerter Umsatzsteuersatz von 7% auf Energieträger beschlossen. Wenn dieser wieder auf die ursprünglichen 19% angehoben wird, steigen der in ihrem Preisanpassungsschreiben genannte Arbeitspreis sowie der Grundpreis dann entsprechend wieder. In solchen Fällen kann dies zu geringeren Preissenkungen oder sogar zu Preissteigerungen führen, obwohl der Gaspreis am Energiemarkt gefallen ist. Auch die gesetzliche Gaspreisbremse läuft 2024 aus. Wenn der Preis des Energieversorgers unterhalb der Gaspreisbremse liegt, dann merken Kundinnen und Kunden diesen Wegfall nicht. Liegt der Preis allerdings darüber, ist hier ebenfalls mit höheren Kosten zu rechnen. Am Ende sind es also Steuern und Abgaben, die dazu führen, dass der Preis, den Sie für Erdgas zahlen, nicht so stark sinkt, wie es allein durch unsere gesunkenen Beschaffungskosten möglich gewesen wäre. Selbstverständlich informieren wir Sie, sobald sich weitere Änderungen ergeben, die sich auf Ihren Gaspreis auswirken. Wir sehen uns beim nächsten Mal.